Ja, hinter mir, da wächst er. Der Weltmeisterwein ist doch die Steiermark, gemessen am Verhältnis Anbaufläche zu internationalen, topprämierten Weinen, einfach weltmeisterlich. Willis Adler, was macht es aus, was macht unsere südsteirischen Weine, unsere steirischen Weine so besonders? Das erste ist schon ein Geschenk der Natur, dass wir hier diese wunderschöne hügelige Landschaft haben, mit den tollen grünen Hügeln, mit dieser Vegetation in dieser kühlen Region und zum anderen die Menschen, die hier diese Landschaft seit Jahrhunderten so gestalten und sich mit dem Produkt, das sie jetzt sagen, zu 100 Prozent identifizieren. Es gibt keine Region, wo diese Qualitätsdichte so hoch ist, wo man auch im einfacheren Bereich immer noch eine sehr, sehr gute Qualität vorfindet. Also in der Steiermark kann einem qualitätsmäßig gar nichts passieren, ist egal, wo man hingeht. Die Qualität ist überall großartig. Ja und deswegen würde ich gerne Ihre Weine und Ihr Weingut gerne einem breiteren Publikum vorstellen. Für mich als gelernter Weinakademiker wäre es sowas für eine große Ehre, mit Ihnen gemeinsam ein Stück steirischer Weinkultur in Bild und Ton festzuhalten. Ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns.